Ja, Shalom und Gottes Siegen zusammen, willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um Berge gehen soll, die eine wichtige Rolle in der Bibel spielen. Und dabei wollen wir uns vor allem mit einem Berg beschäftigen, der in der Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen wird, nämlich der Berg Zion. Und da wollen wir uns auch anschauen, was das Wort Zion eigentlich im hebräischen Kontext für eine Bedeutung hat, was sehr interessant ist. Aber zunächst schauen wir uns mal auf diesem Bild drei wichtige Berge in der Bibel an, nämlich der Berg Ararat, wo Noah nach der Sintflut mit der Arche gelandet ist, wo ein neues Zeitalter sozusagen begonnen hat, aus biblischer Sicht nichts mit Esoterik. Dann sehen wir noch den Berg Sinai, wo Moses die Gebote bekommen hat von Gott persönlich und auch die Tafeln des Bundes. Dann auch der Berg Zion, wie gesagt, wo auch Jesus eine wichtige Rolle gespielt hat und noch spielen wird im Königreich Gottes auf Erden. Wir fangen erstmal kurz an mit Genesis 8, Vers 4. Da heißt es, dass die Arche sich auf dem Gebirge Ararat niederließ, am 17. Tag des siebten Monats. Die Bibel ist also sehr genau auch, was die Zeitangaben angeht. Das ist also der Berg, der vor der Sintflut bzw. kurz nach der Sintflut eine wichtige Rolle gespielt hat. Dann kommen wir zum Berg Sinai. Über diesen Berg heißt es in Exodus 31, Vers 18. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, nämlich Gott, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Zunächst halten wir einmal fest, dass es hier Gott war, der mit Moses auf dem Berg Sinai, wie wir gelesen haben, geredet hat. Und Jesus sagte ja, niemand, niemand hat die Stimme Gottes des Vaters gehört. Also es war Jesus, den Moses gehört hat. Und deswegen war es eine sehr wichtige Begegnung. Jetzt kommen wir mal zu einem wichtigen Vers bezüglich den Berg Sinai und den Bündnissen. Denn in Galater 4, Vers 24 steht geschrieben, das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet dem Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Das neue himmlische Jerusalem, das ja genauso wie Jesus eines Tages vom Himmel auf die Erde kommen wird. Und was auch mit dem Berg Zion in Verbindung steht, wie wir gleich sehen werden. Aber hier sehen wir auf jeden Fall, es gibt zwei Bündnisse. Der erste Bund, der hat sozusagen nicht die Erlösung gebracht, denn die wahre Erlösung gibt es ja für uns nur in Jesus Christus. Und diese Erlösung findet statt am Berg Zion oder hat dort stattgefunden am Kreuz von Golgatha. Und heute gibt es immer noch einige, die im ersten Bund sind. Das bedeutet, die glauben zwar an die Tora, die Gebote Gottes, die Juden eben und glauben aber nicht an Jesus. Und beides zusammen gehört zusammen. Wir schauen uns mal an. Das Wort Sinai besteht aus vier hebräischen Worten, die wiederum jeder Buchstabe hat sein eigenes, also sein eigenes Wort, wiederum eine eigene Bedeutung. Das Wort Sinai heißt so viel wie Stützenwerk, Lebenwerk oder in einem Satz zusammengefasst, sich auf Werke stützen, zum Leben bewirkt Werke. Das heißt jetzt nicht, dass es natürlich falsch wäre, gute Werke, gute Früchte zu bringen. Das lehrte ja auch Jesus. Sondern das heißt vielmehr, dass es hier nicht ums Heil geht, wenn es nur um Werke geht. Und wir schauen uns mal an, was in 4 Vers 2 geschrieben steht, auch über den Berg, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, mit dem Berg Zion. Denn das Gesetz ist ja nicht abgeschafft. Am Berg Sinai wurde es überliefert und das wird wieder geschehen am Berg Zion. Denn viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Fahrten wandeln. Denn von Zion, vom Berg des Herrn, wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Hier wird also Zion als der Berg des Herrn bezeichnet und von dort aus wird das Gesetz ausgehen, so wie es einst ausgegangen ist vom Berg Sinai an das Volk Israel. Dann allerdings geht das Gesetz und das Wort Gottes aus von Jerusalem und von Zion in die ganze Welt. Weil die Menschen werden dann lernen, nach den Geboten des Gesetzes zu leben und sie werden das Wort des Herrn hören, das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Wir lesen in Hebräer 12 ab Vers 22 außerdem, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, der ja Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Und hier sehen wir also einmal mehr, dass Zion mit dem himmlischen Jerusalem verbunden ist, weil das neue Jerusalem wird ja nicht irgendwo in der Antarktis seinen Stützpunkt haben natürlich, sondern dort, wo laut Bibel die Mitte der Erde sich befindet, in Jerusalem. Wir sehen auch hier eine Prophezeiung über Jesus. Auch hier wird deutlich, in Psalm 2, Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und Jesus selbst zitierte ja diesen Vers und sagte ja, dass es sich auf sich bezieht, auf Jesus, er ist der Sohn Gottes, der schon lebte, bevor Himmel und Erde erschaffen worden, sind durch Jesus das Wort Gottes. Und hier sehen wir also nochmal, dass der König, Jesus, herrschen wird von Zion aus, auf Zion, dem heiligen Berg Gottes. Außerdem heißt es wiederum im Neuen Testament in Römer 9 und in Römer 11, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, nämlich an Jesus, wird nicht zu Schanden werden. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden vergeben werde und wegnehmen werde. Was ja auch Johannes der Täufer sagte, als er Jesus sah, hier kommt derjenige, der die Sünden hinwegnimmt, das Lamm Gottes. Also aus Zion wird nicht nur das Gesetz ausgehendes Wort des Herrn von Jerusalem, sondern aus Zion kam auch der Erlöser und nach Zion wird auch der Erlöser zurückkehren. Denn in Offenbarung 14, Vers 1 heißt es, Und ich sah und siehe, dass Lamm, Jesus, stand auf dem Berg Zion und mit ihm die 144.000 Auserwählten, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Auch hier sehen wir also, dass der Berg Zion in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, auch laut dem letzten Buch der Bibel. Jetzt schauen wir uns mal das Wort Zion im hebräischen Kontext an, das ebenfalls aus vier hebräischen Worten besteht, die wiederum bedeuten Gerechtigkeit, Werk, Kreuz und Leben. Und in einem Satz zusammengefasst könnte das Wort Zion also heißen, Gerechtigkeit durch das Werk des Kreuzes führt zum Leben. Und das ist natürlich genau das, was am Berg Zion geschehen ist, als Jesus am Kreuz vollbrachte, was er vollbringen sollte, nämlich den Auftrag des Vaters. Hier sehen wir also, das ist ebenfalls kein Zufall. Und so schauen wir uns nochmal an, 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und so halten wir fest. Diejenigen, wie zum Beispiel Muslime, die lehnen ja die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus ab oder dass Jesus der Sohn Gottes ist. Esoteriker glauben auch an Jesus, an aufgestiegenen Meister. Aber wir als Christen müssen den biblischen Jesus verteidigen, den präexistenten Sohn des lebendigen Gottes. Und deswegen, gerade wenn die Anzeit losgeht, müssen wir dies umso mehr tun. Denn wo Finsternis ist, müssen wir kommen, um Licht in die Finsternis zu bringen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, teilt das Video, kommentiert das Video, abonniert den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König Israels, der Richter der Welt, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!